Die Beckenorgane sind direkt mit dem Beckenboden verbunden. Um die Relation zwischen Beckenorgane und Beckenboden zu behandeln, legen wir die Fingerspitzen beider Hände direkt oberhalb der Pube zum Füße. Die Patientin lehnt sich gut gegen uns an und wir bringen unsere Fingerspitzen nach Kaudal und Dorsal hinter der Scheinbeinfüge. Dann fordern wir die Patientin auf, sich von innen her aufzurichten. Wir unterstützen die Bewegung durch eine kraniale Bewegung mit unseren Händen und wir heben so die Beckenorgane vom Beckenboden weg. Gute Kontaktnahme in der Tiefe, von innen her aufrichten und anheben der Beckenorgane. und entspannen. und entspannen. Untertitelung des ZDF, 2020